Politik und Wirtschaft sind, ob wir es mögen oder nicht, untrennbar miteinander verbunden und wirken gemeinsam als einige der mächtigsten Einflüsse darauf, wie wir unser Leben gestalten. Weltherrscher werden größtenteils danach beurteilt, wie gut sie ihre Wirtschaft führen, und eine gute Wirtschaft macht selbst andere Aspekte der Regierungsführung erheblich einfacher. Die Verbindung dieser beiden Disziplinen kann eine unglaubliche Kraft für das Gute sein, wenn sie gut gehandhabt wird. Aber eine falsche Beziehung kann unvorstellbares menschliches Leid verursachen. In weniger bedeutenden Fällen können schlechte Wirtschaftspolitiken, die von politischer Ideologie angetrieben werden, anstatt von praktischer Methodik, zu hoher Arbeitslosigkeit, verschwendeten Ressourcen, übermäßigen negativen Nebenwirkungen und langsamem Wachstum führen. Besonders kritisch wird es, wenn Entscheidungsträger den Rat ihrer Wirtschaftsberater bewusst ignorieren oder sich nicht darum kümmern. Dies kann zu unabsehbaren Konsequenzen führen, und in extremen Fällen, wenn Wirtschaftsberater eine eigene politische Agenda haben, kann dies sogar Millionen von Menschenleben kosten. Das Problem geht über korrupte oder inkompetente Regierungen hinaus. Selbst gut gemeinte Entscheidungsträger können durch politische Ideologien angetrieben werden, was zu schwerwiegenden Folgen für die Wirtschaft und die Menschen führen kann. Daher ist die sorgfältige Abwägung von wirtschaftlichen Entscheidungen im politischen Kontext von entscheidender Bedeutung, um menschliches Leid zu minimieren und positive Entwicklungen zu fördern. Besonders kritisch wird es, wenn Entscheidungsträger den Rat ihrer Wirtschaftsberater bewusst ignorieren oder sich nicht darum kümmern. Dies kann zu unabsehbaren Konsequenzen führen, und in extremen Fällen, wenn Wirtschaftsberater eine eigene politische Agenda haben, kann dies sogar Millionen von Menschenleben kosten. Das Problem geht über korrupte oder inkompetente Regierungen hinaus, selbst gut gemeinte Entscheidungsträger können durch politische Ideologien angetrieben werden, was zu schwerwiegenden Folgen für die Wirtschaft und die Menschen führen kann. Daher ist die sorgfältige Abwägung von wirtschaftlichen Entscheidungen im politischen Kontext von entscheidender Bedeutung, um menschliches Leid zu minimieren und positive Entwicklungen zu fördern.